Hallöchen, liebe Schätzeleins, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Shorty und zwar dieses Mann auf dein Gegenüber geguckt, habe ich ja gesagt, wir lunzen natürlich auch da rein. Ja, aber was kommt auf ihn zu, was ist bei ihm gerade hier Thematik, schauen wir mal, welche Botschaft ich dir da geben darf oder übermitteln darf, ich mische hier gerade nochmal ein bisschen ordentlich durch und dann gucken wir mal, was da drüben das Hauptthema ist, da haben wir die vergangene Epoche, okay, hier ist jemand in den Sehnsüchten oder hier steckt jemand in den Sehnsüchten, hier sehnt sich jemand nach der guten alten Zeit. Ja, vielleicht hast du es hier mit einem sehr klassischen Menschen zu tun, das könnte ja auch sein, so ein bisschen konservativ oder dieser Mensch hat so einen ganz eigenen Stil, das kann die Mode sein, das kann die Sprache sein, kann der Wohnstil sein, vielleicht ist es ja auch jemand aus einer anderen Kultur. Ja, jemand, der halt einfach ein bisschen anders ist, aber man sieht, hier sehnt sich jemand nach etwas. Jetzt schauen wir mal, was hier unten drunter liegt. Oh, der faule Kürbis. Okay, ja, es scheint so, dass hier jemand Zeit, kostbare Zeit verschwendet hat für den falschen Menschen, ja, also hier sehen wir, ja, hier könntest du es unter Umständen, also entweder betrifft es ihn, wir werden es gleich rausfinden zu versuchen, dass du es hier mit jemandem zu tun hattest, ja, der hier vielleicht ein Doppelleben geführt hat, ja, oder der ein bisschen so faule Tricks auf Lager hatte oder der Herr ist hier einfach jemanden gewaltig auf den Leim gegangen, ne, also vielleicht war er aber auch ein bisschen toxisch, der Herr, das könnte hier auch sein, ja, hat da keinen guten Charakter. Ja, hm, Prinzessin auf der Erbse, ja, vielleicht war das jemand, der sehr pingelig war, der verwöhnt war, ähm, jemand, der sich gerne in der Öffentlichkeit in Szene setzte, vielleicht auch zu Übertreibungen geneigt hat, ja, also so ein bisschen so, ne, etipetete, ähm, ja, könnte hier um eine schlankere, jüngere Person sich handeln, muss es aber nicht, jemand, der vielleicht auch Probleme hatte, hier Vertrauen zu fassen, ein bisschen so ein Träumerle, was wir hier noch haben, aber anscheinend, ähm, gibt es hier eine wichtige Ankündigung oder irgendetwas möchte er hier klären, ja, oder sich erklären und eine endgültige Entscheidung steht hier auch an. Okay, das ist ja, das ist ja schon mal einiges, also da bin ich mal jetzt gespannt, was es mit dem faulen Kürbis hier zu tun hat, ob der Mensch hier ein fauler Kürbis war oder ob er hier sich einfach auf die falschen Menschen eingelassen hat oder jemanden, ähm, falsch, ja, vertraut hat, ne. Ich hatte ja, das kommt mir gerade wieder so bekannt vor, ne, wie ich hatte da in der letzten, was weiß ich gar nicht, war es eh die Short Message, wo ich noch gesagt habe, ähm, hier hat jemand der falschen Person vertraut, hier kam irgendetwas an die Oberfläche oder hat irgendwas gemacht und jetzt, ähm, sehnt man sich irgendwie nach der guten alten Zeit, ne, vielleicht auch geschaut, ob das Gras grüner ist hier und mal gucken, was kommt hier raus. Lille und der Schlüssel. Oh, da lüftet sich noch ein Geheimnis. ein Geheimnis. Ein altes Geheimnis. Also etwas, was schon sehr lange, ja, was sehr lange im Verborgenen gehalten worden ist. Okay, ich bin mal gespannt, weil, ähm, hier ist zum einen die Lilien, die für die Reinheit sorgen oder die Bereinigung oder etwas, was in die Reinheit gebracht werden soll. Und hier gibt es aber ein Geheimnis mit Sicherheit, ne, hier öffnet sich aber was, weil es ist jetzt nur verkehrt rum, wir haben hier die offene Seite zum Buch, das heißt irgendwas wird eröffnet und da geht es um etwas, was vielleicht noch mit der Vergangenheit zu tun hat, ja, was schon sehr, sehr alt ist, sehr, sehr lang ist. Und das soll jetzt hier beendet werden. Da soll die Klarheit rein, ja, es soll hier neue Wege, sollen hier öffnet werden. Es ist ja schon mal spannend, okay. Kann natürlich hier auch mit einem Herrn zu tun haben, wir haben hier die Familienkarte auch noch da. Okay, schauen wir mal, was ich da noch zeigen möchte. Und was gibt es hier? Könnte natürlich schon in Resonanz gehen, wie ich gesagt habe, auffassen, ne, mit was derjenige da ums Eck kommt. Ich wiege. Mit den Lilien haben wir hier natürlich auch einen älteren Mann, oder es könnte ein Mann sein, der etwas reifer war. Hier haben wir die Wege und den Turm. Okay, hier gab es also eine Entscheidung oder irgendeinen Weg, den man gegangen ist, der hier, ja, zu einer Trennung geführt hat oder zu einem Ende geführt hat. Hier haben wir auch nochmal den Sarg und man sieht hier, ne, es könnte ein Mann gewesen sein, auf den er sich hier irgendwie verlassen hat, vertraut hat. War aber nicht so gut, wie man sieht, ne, also hier sieht man ja, kostbare Zeit für den falschen Menschen verschwendet. Es kann natürlich auch sein, dass er sich hier noch mit der Vergangenheit beschäftigt hat, mit jemanden, ne, irgendetwas noch nicht abgeschlossen hatte. Hier sieht man einfach auch eher so den Weg, den er da gewählt hat, der hat uns ausgeführt. Und dieser Mensch könnte hier dazu beigetragen haben, ja, ist auch ein sehr empfindliches Thema, gerade bei ihm, wie man hier sieht. Er hat aber hier noch anscheinend jemanden, mit dem er spricht, ja, es könnte hier eine Person aus der Familie eben sein, ne, oder vielleicht ist das hier jemand anders gewesen. Das ist ja wieder obergeheimnisvoll, was fällt ihm hier auf die Wege und den Turm. Das ist so dieselbe Energie, die wir schon mal hatten, ne. Also irgendwie hat er aufgrund einer Nachricht irgendeine Entscheidung getroffen und das war wohl hier nicht so gut, ne. Hier haben wir auch die Schlange dabei. Ja, es könnte natürlich hier auch um eine weibliche Person gehen, ja, ich kann es hier nicht ausschließen. Jemand, den er vielleicht auch schon sehr, sehr lange kennt, ne, kann ja auch möglich sein, dass hier irgendjemand etwas gesagt hat und auf das, dass hier jemand etwas gesagt hat, ist er aktiv geworden, ne. Er hat sich vielleicht hier noch, ja, den ein oder anderen Gedanken gemacht, aber hier hat man sehr schnell aus dem Schädel rausgehandelt, also wirklich aus dem Ego rausgehandelt. Und diese Aktion, die war verkehrt, weil die hat hier wirklich in die falsche Richtung geführt, ne. Die hat hier in die falsche Richtung geführt und das könnte hier wirklich jemand sein, den er schon sehr, sehr lange kennt, ja. Hier haben wir aber trotzdem noch jemand anders, ne, den er, mit dem er da auch in einer Verbindung ist oder den er kennt, der ihm vielleicht jetzt dabei helfen soll, eine Entscheidung, die hier gefallen ist, ja, irgendwie wieder in den Ausgleich zu bringen, also die Wogen zugelettend, würde ich mal sagen, ne. Ja, das kann hier gut möglich sein, also hier, bei einigen kann es natürlich auch sein, dass er hier vielleicht eine Affäre hatte oder sowas, ja, oder irgendwas Sexuelles, wo sich jetzt dieses Geheimnis lüftet. Ich sag ja, vielleicht jemand, der Doppelleben geführt hat, kann hier auch sein oder, ähm, im schlimmsten Falle ist das hier wirklich mit einem Heidelsschwindler zu tun gehabt oder jemand, der halt, ähm, nett darauf geschaut hat, was er hier eigentlich macht. Es kann auch nur ein Kontakt gewesen sein, den er da gehabt hat und den hat er dafür vielleicht verheimlicht. Die Seelenreise. Ja, hier hat jemand Gewissheit über etwas bekommen, ne. Und ja, mal wieder die Sehnsucht. Also hier sehnt sich jemand nach dir. Man hat hier irgendetwas gemacht, jetzt sind wir wieder bei dem Gleichen, das zieht sich anscheinend die Energie, also damit dem kommt dann ja richtig klar, was er da gemacht hat, anscheinend. Hier hat jemand, ähm, aufgrund von etwas, was hier mitgeteilt worden ist oder, ähm, was gemacht worden ist, hat man hier eine Entscheidung getroffen oder er hat hier den Weg getroffen, etwas zu sagen oder dir etwas mitzuteilen. Aber diese Sache, die er hier mitgeteilt hat, hat letztendlich ins Ausgeführt. Ja, du wirst es am besten wissen. Ähm, aber dieser Mensch hat hier anscheinend schon Gewissheit darüber bekommen. Hier ist jemand erwacht. Erwacht darüber, ähm, dass man hier wieder aus der Angst raus hat, hat man gehandelt. Ah ja, man hat aus der Angst raus gehandelt. Und guck mal, wir haben hier sogar die Wertegemeinschaft, dass man sagt, puh, also da ist ja etwas wirklich kaputt gegangen, ja, also wirklich zerfallen im Endeffekt. Also jetzt, jetzt wirklich, ähm, schiebt dieser Mensch schon eine Krise, ne, und man sieht hier die Sanduhr, ne, also da hat man ja wirklich, also, das hat nicht in den Erfolg geführt. Also nicht in den Erfolg da, wo er hinwollte, dass man sagt, hier will jemand ankommen, ne. Hier sind sehr viele Themen bei diesem Menschen, ja. Also hier hätte man eigentlich den Traummann oder die Traumfrau vor der Schnauze gehabt, aber irgendwie hat man da irgendwas gepraxelt. Und das können natürlich, ähm, die Ängste hier, die wir hier haben, aus Kindheitstagen noch sein oder andere diverse Sachen, ne. Könnte auch jemand aus der Familie gewesen sein, der sich da eingemischt hat, also irgendwie war es, es war nicht gut, ne. Und hier ist es im wahrsten Sinne des Wortes so gewesen, dass nicht der erste Gedanke der Richtige gewesen ist, sondern es wäre der Zweite gewesen. Es wäre der Zweite gewesen. Man war da wirklich so kurz vorm Ziel und dann hat man sich hier kontrollieren lassen, man hat sich hier, ähm, in eine komplizierte Situation reinquatschen lassen. Also da hat es einiges ausgehebelt. Okay. Was haben wir denn hier auf den Schlüssel? Die Eulen. Die Störche und der Park. Hier gab es Getratschel. Ähm, es kann sein, dass es hier um eine alte Freundin oder Freund gibt, ähm, oder gegangen ist, sage ich jetzt mal, wo hier ein Austausch stattgefunden hat. Über die Öffentlichkeit, über Social Media. Ja, und, ähm, ja, das hat, war nicht von Erfolg gekrönt, ne. Also hier liegt auch, guck mal, da guckt in die Kraftlosigkeit rein, also das hat, das war nichts. Also die Sense, die er da vielleicht geschmissen hat, sage ich jetzt mal, oder was immer er gemacht hat in Bezug auf dich, ja, ähm, die eilt ihn jetzt selber, ne. Also hier haben wir so, uff, also der Bumerang, den er da geschmissen hat, ähm, oder das, was er hier gemacht hat, war wie ein Bumerang, ne, das kriege ich ja gerade, wie ein Bumerang und der Bumerang ist jetzt auf ihn zugekommen. Und es kann, äh, wie gesagt, ähm, jemand aus der Familie gewesen sein, es kann eine langjährige Freundschaft gewesen sein, ähm, wie gesagt, Mann, Frau, kann man jetzt gerade hier echt nichts sagen. Auf jeden Fall, ähm, puh, hat man sich hier sowas von ins Aus geschossen mit irgendwas, besser geht's nicht. So, und jetzt ist man gerade dabei, vielleicht hier mit jemandem zu sprechen, ne, es könnte ja auch jemand aus der Familie sein oder zumindest jemand, ähm, dem man vertraut, ne, da finden ihr Gespräche statt, wenn man nachdenkt über die Liebe oder über die Sache, dass man sagt, puh, da hat man wohl an etwas Falschem festgehalten, ne, oder man hat sich da auf etwas verlassen, was nicht richtig war. Und da kam jetzt so die Erleuchtung rein, ne, die Erleuchtung, dass das im Endeffekt nur noch es komplizierter gemacht hat in eurer Verbindung, ähm, das kann hier mit weiblichen Personen zu tun gehabt haben, kann ich auch wieder nicht ausschließen. Und jetzt hat man das Geschenk eigentlich bekommen, dass man die Klarheit über irgendjemanden erfahren hat. Das könnte auch hier jemand sein, der weiter weg wohnt, aus dem Ausland ist, also wie auch immer, hier war eine Kommunikation da. Also dieses Thema scheint diesen Herren zu beschäftigen. Also das kann natürlich auch sein, dass dieser Herr mit Sicherheit hier wieder kommunizieren möchte, möchte eine Veränderung treffen, ne, weil hier hat jemand Herzschmerz oder zumindest hier ist Koma in der Liebe da, ne, hier ist der Verlust der Liebe da, also, puh. Ja, man möchte es bereinigen, ne, man möchte irgendwo wieder Ordnung schaffen, aber hier hat jemand irgendwas getan, gesagt oder hier hat man etwas in die Wege geleitet, was nicht gut war, war nicht gut. Falscher Weg, falsche Veränderung. Falsche Person gehört. Aber, wie gesagt, man möchte hier uns sicher anscheinend auch vielleicht offenbaren, ne, weil wir das Buch hier mit der Öffnung haben. Guck mal, wir haben hier den Geheimbund, wie das schon wieder Übergang hier ist auf das Buch. Hier gab es ein wohlgehütetes Geheimnis oder irgendjemand und dieses Geheimnis lüftet sich aber jetzt oder ist an die Oberfläche gekommen oder wird an die Oberfläche kommen. Also, weil es, ähm, falls er das noch nicht weiß, dann wird es jetzt erleben, dass er da der falschen Person vertraut hat, wenn er es nicht schon weiß. Und hier haben wir noch einige dunkle Geheimnisse, sage ich mal, die da an die Oberfläche kommen werden. Also, die Verschwiegenheit, die wird hier gebrochen. Es kann natürlich auch sein, dass es dir erzählt, ne. Das kann ich hier nicht aufschließen, weil hier sehnt man sich. Hier hat man schon, ähm, tiefe Sehnsucht nach dir. Die verspürt er auch, ne. Und vielleicht kommt er jetzt endlich mal aus dem Quark und sagt, was da hier los war. Ob das natürlich noch irgendwas ändert, das ist jetzt wieder auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, ne. Aber wir sehen hier schon, das passt so ein bisschen auch zu deiner Legung rüber, dass sie wiederholend Nachrichten kommen, äh, wo man sagt, ja, ne, aber solange das hier mit der Schlange nicht geklärt ist, also wer die, ähm, wer die Short Message von euch selber gesehen hat, der hat, lag ja noch die Schlange mit dem Sternchen da, ne, dass er die Klarheit über irgendeine Dame bekommt und du dann über auch die Klarheit bekommst, ne, und man auf dem Weg zu dir ist oder dir das zu erklären. Das könnte hier durchaus sein, weil, äh, hier haben wir den Sommerzauber. Ähm, wir sind zwar jetzt nicht mehr im Sommer, sondern jetzt haben wir schon mehr oder weniger den Herbst oder kommen jetzt in den Herbst rein. Ich weiß gar nicht, wie es kalendarisch ist, gar nicht auf dem Schirm, aber, ähm, hier möchte man wieder, ja, man möchte wieder die Zweisamkeit, man möchte wieder Lebensfreude, man möchte wieder Leichtigkeit haben, ja, also irgendwas ist hier gewaltig schief gelassen. Guck mal, der letzte Gang. Also hier hat ja, ähm, hier hat ja jemand etwas gemacht, ne, man hat vielleicht noch gedacht, ähm, vielleicht hat man auch mit jemand anders hier eine Zweisamkeit gehabt. Das kann bei dem einen oder anderen sein, ne, dass sich hier irgendwas, ähm, eröffnet, ne. Das muss, kann jetzt, muss nicht unbedingt etwas, ähm, Sexuelles sein oder ein Affäre sein, sondern es kann auch nur der Kontakt gewesen sein, neue Bekanntschaft oder so weiter. Aber egal, was da jetzt ist, letztendlich gab es hier kein Zurück mehr, ne. Man hat da, ähm, hat da quasi sein Kapitel selber zugemacht. Da war irgendwas endgültig und das, ähm, ja, man sieht, es geht ihm nicht gut damit, ne. Vielleicht ist er gerade krank oder, ja, nicht schön. Und hier haben wir auch mal die Münze des Untergangs. Das heißt, er hat sich also hier verführen lassen von etwas oder jemandem und hat sozusagen, ähm, ja, seinen eigenen Ruin herbeigeführt, mehr oder weniger, ne. So könnte man es auch, ähm, betiteln. Soll ich hier auf das Buch. Ei, ei, ei. Die Sterne. Und nochmal die Lilien. Also es ist wirklich so, da kommt die Klarheit rein in ein Geheimnis, ne. Ich sag ja, da öffnet sich was, da wird da nochmal irgendwas in, wenn er nicht schon in hinbekommen hat, aber scheint schon auf dem Weg zu sein, indem man sagt, so, was hast du hier eigentlich gemacht, Junge? Mit wem hast du was gemacht? Also bei einigen kann es wirklich der Betrug an sich sein. Es ist nicht so deutlich angezeigt, ne, aber das kann möglich sein. Es kann aber auch irgendwo, ähm, etwas aus der Familie sein. Klären es gleich nochmal ab. Aber hier, ne, sehr unsicher. Mit Sicherheit hier Kummer und Sorgen, alles belastend. Und man weiß nicht, was mit dir ist, ne. Man möchte aber am liebsten auf dich zugehen, wieder mit einem Neuanfang und so weiter, ne. Puh. Puh. Da glaube ich, muss ich noch ein paar andere Kärtchen mit zuziehen. Wieder das Buch. Und das Kreuz, ne, das ist, hm. Eine mega belastende Sache. Also, wenn der nicht irgendwo mal, also, eigentlich wäre es mal gut, mit der Sache herauszurücken und sagen, was da los war, ne. Ja, weil dieses Geheimnis, was er hier wütet oder was da war, das ist schon mega belastend. Und da haben wir wieder eine falsche Person mit bei, ne. Die Schlange. Also, bei einigen, ja, wird es wahrscheinlich eine Affäre gewesen sein. Bei anderen kann es hier nur ein blöder Kontakt gewesen sein. Ja, Schriftverkehr, Austausch, macht aber nichts, macht man trotzdem nicht. Oder man hat hier einfach auf irgendeine Dame gehört, hat dann quasi irgendwas in die Wege geleitet, was aber rein aus der Unsicherheit, rein aus dem Ego, aus der Angst war. Und das war einfach hier nichts, ne. Also, das war voll für den Arsch. Kann man mal so sagen. Voll für den Arsch. Das ist ja eine geniale Karte da drauf, der Baum der Liebe. Gut, bei einigen kann es natürlich auch sein, ne, dass er hier einfach nicht damit rausgerückt ist, dass er sesshaft werden möchte, dass er eigentlich eine Familie im Grunde möchte oder dass er dich eigentlich liebt oder dass da Gefühle da sind. Dass er das hinterm Berg gehalten hat, dass da vielleicht noch jemand anders war. Dann wieder das Haus der Ängste. Ich muss mir jetzt nochmal auf den Baum der Liebe oder eine Karte ziehen. Das Portal des Schicksals. Hier gab es, ja, ja. Hier gab es eine Entscheidung, ne. Entweder oder, es gibt kein Zurück. Oder er weiß, dass er sich entscheiden muss jetzt, weil sonst gibt es kein Zurück mehr. Ich habe wieder den letzten Gang, ne, die Endgültigkeit. Es muss ein Kapitel abgeschlossen werden. Es gibt kein Zurück mehr. Also, es ist wirklich so Finale jetzt, ne. Geht nicht mehr weiter hier. Gefällt mir schon aus der Pfötchen. Also, ich sehe hier dasselbe wieder, dass hier jemand irgendetwas getrieben hat. Sei es jetzt, was weiß ich, mit einer anderen Person oder nur auf eine andere Person gehört hat oder wieder geschaut hat, wo das Gras grüner ist oder falsche Ratschläge angenommen hat oder wirklich irgendwo richtig bescheuert sich benommen hat. Das kann jetzt von ausgeprägten narzisstischen Zügen zu verdorbenem Charakter hier eigentlich alles sein. Faule Tricks angewendet haben und so weiter. Aber da wurde ihm, der hat sich damit eigentlich selber ins Auto geschossen. Also, so dermaßen, ne. Hier konnte jemand anscheinend nicht widerstehen und hat, ja, hat sich selber in die Pleite geschoben. Und jetzt ist man natürlich, das ist immer hier da, ne. Er möchte natürlich hier wieder in den Einklang kommen. Man möchte wieder ein positives Gefühl haben. Aber dieser Mensch weiß genau, dass er hier Versprechen gebrochen hat, dass er dich vielleicht ausgenutzt hat, dass er hier, er hat sich richtig scheiße behandelt. So, und dann sehen wir hier den Rosenprinzen, ne, dass man sagt, ja, man hat halt hier ganz viele Geheimnisse gehabt, ne. Und die Geheimnisse, die kommen jetzt alle an die Oberfläche. Also eins nach dem anderen. Oder zumindest lüftet sich hier etwas. Und wenn er Courage genug hat, sage ich jetzt mal, dann wird er sich vielleicht dir hier erklären. Dass er dir das sozusagen mitteilt, kommuniziert, ja, was hier letztendlich los war. Oder vielleicht weißt du, ne, vielleicht hast du es vermutet und er hat sich zurückgezogen. Oder irgendwas ist hier ebenfalls im Hinterstübchen gelaufen. Gucken wir mal nochmal auf die Lilien hier. Könnte ein Wasserzeichen sein, mit dem du es zu tun hast. Ja, hier hat jemand etwas verdrängt, ne. Man hat sich geweigert, irgendwelche Emotionen zu zeigen oder man war nicht bereit, sich zu öffnen. Oder wie gesagt, man hat hier auch eine falsche Person gehört. Ja, hier geht es um die Heilung, ne. Und man möchte, dass alles wieder gut wird, weil die Chemie hat ja gestimmt zwischen euch beiden, ne. Sehr intensive Gedanken an dich. Anziehungskraft haben wir auch da. Ja, man möchte wieder die Leichtigkeit, ne. Ja, hier hat jemand sich, ja, hier ist jemand allein, ne. Oder hier fühlt sich jemand allein. Hier ist Funkstille, ja. Irgendwie bist du gerade nicht erreichbar oder... Hier findet auf jeden Fall kein Kontakt zwischen euch beiden statt. Schauen wir mal auf den Schlüssel hier. Ja, man möchte neu anfangen. Da haben wir die Kontrolle drauf. Also jemand, der sehr dominant vielleicht auch war. Ich sag ja, kann wirklich ausgeprägtes Ego gewesen sein. Jemand, der gern die Richtung angeben wollte. Kann um Sex gegangen sein. Machtspielchen, die man hier getrieben hat. Oder jemand, der ihn kontrolliert hatte. Vielleicht jemand, der mit ihm neu anfangen wollte und ihm dann Floh ins Ohr gesetzt hat. Oder er hat eben geschaut, wo das Gras grüner ist. Hier gab es eine Veränderung. Ja, hier haben wir viel aus der Kindheit noch, ne. Hier hat sich jemand selbst betrogen. Oder aus Angst, ich sag ja, aus Angst gehandelt, selbst belogen, selbst betrogen. Hier hat jemand nicht gewusst, wie lieben geht. Ja, hier muss erst noch jemand lernen, wie lieben geht. Weil hier möchte man sich überraschen, noch im Herbst hier anscheinend. Hier war jemand. Hier hat jemand die Kontrolle verloren über etwas, ne. Und da kommt jetzt die Erkenntnis rein. Hier hat jemand, hier wollte jemand Kontrolle ausüben oder wollte alles im Griff haben oder wie auch immer. Du wirst es wissen, was er getan hat. Ja, ich kann dir hier nur sagen, hier hat jemand, wie gesagt, die Kontrolle verloren. Und jetzt, ja, jetzt kommt die Erkenntnis, ne. Und das könnte natürlich jetzt schon zu spät sein, ne. Weil, schau dann hier aufs Buch. Den Plan und das Angebot, ja, hier kommt was rein. Gut, vergräbt sich momentan. Ja, hier haben wir das Ego, ne. Das Ego, ähm, das war das Problem. Das könnte natürlich ja auch sein, ne. Das Ego mit dem Baum, das heißt, das schon lange ein Thema ist. Dass er recht egoistisch ist, nur für sich, aus sich raus handelt, ne. Nur für sich bedacht ist. Und hier im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, vielleicht auch durch deine eigene dumme Aktion auf die Schnauze gefallen ist, ja. Das kann aber auch, wie gesagt, die Einwirkung von außen hier sein. Vielleicht war die Arbeit wichtiger. Man hat andere Prioritäten gesetzt. Auf jeden Fall schweigt man hier in Erinnerungen, ja. Das kommt alles wieder, die ganze Soße kommt hier wieder hoch. Schaut sich alte Fotos an, ne. Ja, man hat jetzt hier quasi, ähm, vielleicht war da ja auch so, dass er kein Interesse gezeigt hat. Ich sag ja, vielleicht hat er es lange nicht offenbart, was er eigentlich will. Und irgendwann war es dann zu spät. Könnte ja nochmal ein Feuerzeichen sein, wenn du dem zu tun hast. Oder er war zu feurig. Schau mal, wir haben hier auch nochmal die Wut drauf. Und das Gespräch. Ja, also hier muss man sich seine Fehler eingestehen, ne. Hier haben wir es mit dem Sturkopf zu tun. Oder mit jemandem, ich sag ja, jemand, der vielleicht kein Interesse gezeigt hat, aber gesagt, du bist mir eh egal, ist mir eh alles wurscht. Oder aus dieser Haltung raus eben etwas getan hat, ne. Aber hier sieht man, ähm, man möchte halt gerne reden, ne. Irgendwo eine Aussprache haben. Ja, ihr seid schon sehr, anscheinend sehr gegensätzlich, ne. Also da gab es schon Unterschiede. Auf der einen Seite habt ihr auch zwei ergänzt, auf der anderen Seite war es zu kompliziert. Und jetzt schweigt man in der Vergangenheit. Und anscheinend, wie gesagt, gibt es hier nichts mehr. Vielleicht hast du ihn geblockt. Oder er hat dich geblockt, wie auch immer. Es gibt momentan keine Antwort oder keine Reaktion darauf, ne. Und das ist einfach, ähm, vielleicht hat er dich aber auch geghostet oder geblockt. Und daraufhin hat es ein Ende gegeben, dass man sagt, ne, Schluss damit. Ich habe meine Lektion gelernt. Aus die Maus. Aber hier beobachtet dich jemand, ne. Aber er ist noch nicht in der Aktion, irgendeine Initiative zu erzeigen. Weil anscheinend hängt er hier noch fest. Und das sind eben, es kann jetzt, wie gesagt, eine Heimlichkeit sein. Es kann eine Affäre noch sein. Es kann eine dritte Person sein. Hier ist noch einiges im Argen. Aber ich kann euch sagen, das fliegt jetzt alles auf. Also was immer da in die Luft schwabbelt, wird ihm nicht gefallen, ne. So schaut das hier aus. Jetzt haben wir mal das andere Deck. Ne, warte mal. Ich habe ja ein neues Deck. Schauen wir mal, was er dir hier zu sagen hat. Mit den verborgenen Geständnissen hier noch rein. Was hat er denn zu sagen? Ja, die Scham, ne. Ich habe mich kindisch verhalten, ja. Ich weiß nicht, wie ich auf dich zukommen soll. Der hat irgendein... Ich sage ja, der kommt mit der Sache hier überhaupt nicht so klar, was er hier gemacht hat. Hier haben wir die Trennung. Ja, wir sollten für eine Weile getrennte Wege gehen, sodass wir wachsen und heilen können. Ja, vor allem er, ne. Und warum? Er versteht immer noch nicht, warum das zwischen uns passiert ist. Ja, das ist, ne. Ich sage ja, da müssen erst noch die Geheimnisse gelüftet werden, die Erkenntnisse. Jetzt kommen die Erkenntnisse rein. Und dann wird man wütend sein darauf, ne. Dass man hier, was weiß ich, was dieser Mensch hier gemacht hat. Ja, der schaut immer noch, was du machst, ne. Und die Klarheit muss rein. Er möchte beginnen, diese Verbindung zu verstehen. Ich sage ja, da wird sich noch einiges eröffnen, wenn es ihm nicht noch vielleicht durch andere Leute auch mitgeteilt wird. Also, huuuh, er hat jetzt keine schöne Zeit vor sich. Ja, momentan ist er noch in der Defensive, ne. Stoß dich momentan noch weg, weil er nicht bereit ist zu reden. Aber die Zukunft, ja, er geht davon aus, dass ihr euch eines Tages wieder seht. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, ne. Ja, anscheinend hat er auch finanzielle Probleme hier. Das ist auch anscheinend ein wichtiges Thema bei ihm. Dann haben wir hier noch die Umstände. Ja, er steht, oh, ja. Ich sage ja, er steht aktuell vor einer Menge Herausforderungen, die ihm viel Kraft kosten. Ich hatte vorher noch gesagt, er ist völlig kraftlos aktuell. Also, dem schmiert es ja jetzt hier gerade eine nach der anderen, ne. Die eine, ja. Ich komme einfach nicht über dich hinweg. Und der Spiegel. Das, was du fühlst, das fühle ich auch. Und er begreift nicht, warum er nicht von dir loskommt. Das war auch vor kurzem erst, wo ich das abgedreht hatte, wo ich gesagt habe, passt mal auf. Ne, der will euch wegdrängen, der will alles, aber das funktioniert hier nicht. Aber er kann halt momentan nicht das sein, was du gerade brauchst, ne. Er ist einfach in seinen Ängsten. Also, der ist nicht in seiner Stabilität, nicht in seiner Balance. Der fürchtet sich vor dieser intensive Verbindung. Auf der anderen Seite ist er verzweifelt, weil er immer sich noch so sehr nach dir sehnt, ja. Und er war, da ist auch ein Fehler, ne. Das Gras war nicht grüner auf der anderen Seite. Also, das muss nicht immer irgendwas Sexuelles zu tun haben, sondern er kann ja nur auf die falsche Person auch gehört haben. Oder er kann irgendwas anderes gemacht haben, wo er gemeint hat, das wäre besser. War es aber nicht. Und er möchte ich ja, er möchte ich wieder sehen. Ich sage ja, also, ja. Mädels, Jungs, watz mal ab, was hier los ist. Ne, aber deinem Gegenüber, da wird du, der kriegt es noch faustdick aufgebratzelt, würde ich mal sagen. Also, da, ähm, kommt einiges in den Ausgleich, mit dem, dass sich einiges noch lüften wird. Sozusagen, ne. Ja, da würde ich mich auch nach der guten alten Zeit sehnen, ne. Da würde ich mich auch nach der guten alten Zeit sehnen. Ich sage ja, ich habe mal so den Engel der Verkündigung, ne. Also, da kommt etwas Wichtiges herein. Damit dieser Mensch mal lernt, vielleicht mit Weitblick zu planen und nicht mit Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ne. Hat er vielleicht auch gemacht. Hier, Äpfel mit Birnen verglichen, haben wir noch den schwarzen Raben. Also, da hat ja jemand, ähm, eine Entscheidung, er hat jemand eine falsche Entscheidung getroffen, ja. Und das kann sein, dass er hier eben, äh, keine gute Nachricht bekommt, wenn man jetzt wieder deine Liegung anschaut, ne. Also, es kann bei einigen tatsächlich so sein, dass man sagt, so, diese Respektlosigkeit, die du mir da entgegengebracht hast, die hat jetzt nun mal einfach Konsequenzen. Aber der will dir die Sterne vom Himmel holen. Ne, da bin ich ja mal gespannt. Also, ja, wie gesagt, ähm, lass dich mal überrushen, was es hier ist. Aber, ähm, ja, gut ist das jetzt hier gerade nicht für dein Gegenüber, ne. Also, da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Spricht das Universum, ne. Ja, meine Lieben, ich lasse es mal so stehen. Wir werden es ja eh weiterverfolgen. Dreierkonstellationen kommen eh noch. Also, die drei ist einer zu viel und dann schauen wir uns sowieso wieder die aktuelle Situation auf dein Gegenüber an. Also, wir bleiben ja dran. Na, und dann schauen wir mal, was sich da alles noch ergeben oder zeigen möchte. Okay, meine Lieben, fühlt euch lieb gedrückt und wir hören uns mit einem neuen Orakel. Also, bis tschüssi. Also, bis tschüssi. Bis zum nächsten Mal.